Fortnite, Battle Royale, cool and funny moments. Ja meine Freunde, eine weitere Folge, die 15. und die 3. und letzte aus Saison 6 datiert, sind die Clips von Ende November bis Anfang Dezember 2018. Das waren so die letzten Stunden der Saison. Der einzige Clip, der da so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist der allererste, der war noch etwas früher, deutlich früher. Das ist wieder mal so ein kleiner Bonus-Clip, der eigentlich schon rausgeflogen war, aber bei dem ich mich im Nachhinein quasi entschieden habe, dass ich ihn doch noch zeigen möchte, weil ich ihn eigentlich ganz cool fand. Was ich last but not least noch erwähnen könnte, ist, dass ich in der 6. Saison wieder alle Quests gemacht habe. Diese Wochen-Quests, das sah damals ja noch ein wenig anders aus. Das kann ich hier mal wieder einblenden. Und ich kann auch dazu sagen, dass ich alle Jagdgruppen-Quests gemacht habe. Das war eine spezielle Quest-Reihe, bei der man einen speziellen Skin erhalten hat. Den Wolf habe ich nicht ganz zu Ende gebracht, den konnte man zum Glück aber in der neuen Saison fertigstellen. Mehr gibt es nun aber wirklich nicht mehr zu sagen. Ich schicke euch jetzt einfach in die letzten Clips der Saison 6 und wünsche wie immer viel Spaß. Ich brauche unbedingt noch eine Waffe. Komm doch zu uns, oder versuchst du zu uns zu kommen. Er hat's pusht dich, glaube ich. Ah, nee, der ist am Dach, aber der pusht dich nicht. Aber ich kann jetzt auch nicht wirklich helfen. Ich versuche mal mit der Pistel, aber da kann ich nicht viel machen. Ich habe gar nichts. Einmal getroffen. Gedaunt. Gott, er ist tot. Mein Gott, mit der Pistel. Oh Gott, ich wollte dir nur helfen. Hast du den Schuss gesehen? Wow, die sind ganz schön um uns rum. Ja, aber rechts von dir... Ja, was soll ich denn machen? Ja, ich weiß, aber was soll ich denn jetzt machen? Hast du vielleicht eine Pistel-Reihe? Nee, was soll ich denn... Alter. Krass. Oben. Ja, ich weiß, aber mach langsam. Der hat einen Raketenwerfer, oder hast du den? Ist er tot? Jetzt ist er tot. Ich habe ihn. Krass. 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 Bleib einfach ruhig, ich versuch's auch. Ich versteck mich im Busch, so wie immer. Vielleicht keine schlechte Idee. Ich höre Gleiter, auf jeden Fall. Ich versuch, ihn zu pushen. Nicht mehr reinrennen. Von hinten, von hinten einer. Ja, schaffen wir nicht. Ich bin down. Hinter dir schießt gleich einer, aber wahrscheinlich auf dich. Pass auf. Der mit der Mauer. Ja, das sind die letzten beiden. Wir sind Zweiter geworden. Schade. Pass auf, hinter dir wieder rum. Bau mich ein, wenn du das kannst. Hinter dir wieder. Ja, das schaffst du. Das wird nicht mehr ich hinkriegen. Aber da kommt... Oh, der wird gedrückt. Der wird gedrückt. Bleib ruhig. Es tut. Oh mein Gott, nur noch die Tussi. Lass auf, die Zone. Lass dich von der Zone gedrückt werden. Nein. Oh mein Gott. Oh, du lebst ja noch. Ich bin nur tot. Mach weiter, du schaffst. Boah, es ist eine Leid gelandet. Ja, und ich habe keine Waffe gehabt. Einer gedowned. Aber der Zweite pusht mich wahrscheinlich. Und ich habe keine Waffe auf dem Zweiten. Und ich habe keine Waffe auf dem Zweiten. Ich habe keine Waffe auf dem Zweiten. Ich habe keine Waffe auf dem Zweiten. Das war's für heute. Was ist das? 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 die Raketenquests. Willst du da Raketenwerfer haben? Auch nicht. Ein Hund kann, mein Lama oder was ist es, kann nicht sprechen. Nur Kopfnicken und Kopfschütteln. Alles klar. Macht ja nichts. Kenne ich von zu Hause. Und kann mit Sachen nach mir werfen. Okay. Wenn du es meinst, dann musst du es tun. Spreng mir den Arsch weg. Hast du gesehen? Ich habe Eier aus Stahl. Yeah. Ja, gibst du mir Dreck nicht. Das ist... Ich habe eine Stahl-Jeans an. Die scheint es im Sonderangebot gegeben zu haben. Ich wollte das Teil gerade benutzen. Ich dachte, das war... Ja, das ist gut nichts. Der war verdient. Karma. Ich möchte mal sehen, wie das ausweist aus dem Wasser. Okay, jetzt geht es rein. Und Raffa. Oh mein Gott, ich habe ihn geaxtet. Ich flipp aus. Haha, Killsteal. Und der Loot gehört auch mir. Du brauchst Munition. Ah, Shotgun-Munition. Okay, jetzt habe ich sogar verstanden. Nein, nicht Shotgun-Munition. Was denn dann? Maschinengewehr? Ähm, Sniper? MP? Der gibt es aber sonst nichts mehr. Du hast den Scar in der Hand. Das ist Maschinengewehr. Hast du Sturmgewehr? Auch nicht Sturmgewehr. Shotgun? Dann habe ich nichts mehr. Rakete? Was der wollte ich brauchen? Ja, die Scar braucht... Okay, warte. Ich weiß, was die braucht. I know. Das da brauchst du. Das ist das, was du brauchst. Maschinengewehr, Sturmgewehr. Habe ich nur gesagt. Ha, Frauen. Was ist das denn? Da gibt man Munition her, dann wird man erschossen. Fass! Lama. Das sind Gegner. Fass! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017